Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen bei den TrackNerds, eurem Star Trek Podcast, bei dem wir uns alle 14 Tage keine neuen Freunde im Fandom machen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Neudizist Michael, ich grüße dich. Hallihallo, nachdem ich ja letztes Mal einmal ausgesessen habe, diesmal wieder dabei. Ja, ganz genau. Du hattest ja dann jetzt noch am Samstag bei meiner kleinen Soirée die Möglichkeit, mit dem Sven dich ein bisschen auszutauschen. Du hast mir vorhin eine Nachricht geschrieben, hättest du mal das Mikro mitlaufen lassen. Ja, so ungefähr, weil wir haben eine ganze Weile darüber gesprochen und über ganz viele andere Dinge und das war sehr, sehr interessanter Nerd-Talk, weil ich ja so mit ihm auch noch nicht groß geplappert habe. Wie oft wir schon gesagt haben, hätten wir mal ein Mikro mitlaufen lassen. Ich glaube, ich werde zur FatCon mir die dickste Powerbank holen, die ich finde und einfach das Handy den ganzen Abend in der Tischmitte liegen lassen. Ja, wieso nicht? Genau, warum eigentlich nicht? Ich frage alle um Einverständnis und dann machen wir da vielleicht einfach mal so einen Acht-Stunden-Cast raus. Lass es einfach laufen, denn das ist ja das, was wir auf der FatCon machen. Wir trinken und wissen Dinge. Weiß denn auch jeder von euch da draußen, was wir sonst noch so anbieten, jetzt wo PK bald zu Ende ist? Ja, ich hoffe doch. Wir haben nämlich so unglaublich viel, was wir in den letzten Monat gemacht haben und noch machen werden. Und das alles findet ihr auf, ich möchte jetzt schon sagen, aus irgendeinem Grund zmelog.de, aber das war die Adresse von meinem alten Clan. Und ich weiß nicht, wieso die mir jetzt in diesem Moment in den Kopf gekommen ist. Die gibt es noch, führt aber auf meine eigene persönliche Seite. Ganz egal, nerdizismus.de, darauf müsst ihr gehen. Denn da gibt es alles, was wir so gemacht haben, was wir aufgenommen haben, was wir geschrieben haben und, 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 alles, was wir in den achten Jahren so von uns gegeben haben. Und das Wichtigste, da gibt es auch ein paar Kontaktoptionen. Denn wir freuen uns immer über euer Feedback. Und zum Beispiel an die info at nerdizismus.de. Schreibt uns gerne eine klassische E-Mail oder schreibt uns eine Nachricht an die 017... Wieso habe ich heute einen Hänger? Entschuldigung. Jetzt muss ich in der Tat das erste Mal in dieser Geschichte, glaube ich, nachgucken, weil ich aus irgendeinem Grund meine Nummer nicht im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. 015 25 964 7709, da haben wir es wieder. Das ist die WhatsApp-Adresse, zu der ihr schreiben oder zu der ihr eine Sprachnachricht hinterlassen könnt, gerne. Oder ihr diskutiert mit uns fleißig mit über die diversen Gedächtnislücken, die immer mal wieder auftauchen und wahrscheinlich immer noch an Christ's Geburtstagsfeier von Samstag hängen an nerdizismus.de slash Discord. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Und ganz besonders exemplarisch möchte ich mal eine Bewertung bei Podcast Addict herausgreifen, nämlich die von Nick Brick. Wenn ich in meinem Leben nur noch einen einzigen Podcast hören dürfte, es wäre dieser hier. Danke. 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 Wir haben erwartungsgemäß, glüht ja bei den Track Nerds immer das Postfach. Und so auch dieses Mal, ich muss mal gucken, wie wir das heute so ein bisschen chronologisch machen. Oder möchtest du die schlechte Nachricht zuerst haben oder erst die guten? Ja, natürlich immer die schlechte. Dann hat man so den Tiefpunkt erreicht und dann geht es nur noch aufwärts. Okay. Und damit man mir nicht nachsagen kann, ich würde diese Mail jetzt vielleicht irgendwie komisch vorlesen oder sonst irgendwie einen Unterton da reinbringen, lassen wir das einfach mal das Forever Nerd Girl vorlesen. Hallo zusammen. Da ich selbst kaum Social Media Kanäle benutze, hier ein Feedback. Als technikbegeisterter Mensch privat und beruflich, tief in der Natur und Ingenieurwissenschaften, Bastler und leidenschaftlicher Star Trek Fan aka Nerd, bin ich auf euren Podcast gekommen und habe mir die beiden Folgen zu PK Staffel 3, Episode 1 bis 3 sowie Episode 4 bis 6 angehört. Leider war es das und ich werde euch, die Followern, nicht weiterhören. Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Punkt 1, die Serie selbst. 1.1 Mir persönlich ist eure Besprechung der Folgen zu negativ und zu einseitig. Ich mag die Serie tatsächlich, aber finde natürlich auch nicht alles super. Ich empfinde eure Diskussion der Folgen aber zu einseitig negativ. Mir persönlich ist es zu viel Meckern. Wenn ich in meiner Freizeit einen Podcast höre, möchte ich kein Meckern hören, sondern idealerweise etwas Erbauliches oder zumindest Konstruktives. Eure negative Darstellung der Serie ist leider beides nicht. Ein, in Klammern, ungebetener Tipp? Niemand wird gezwungen, euren Podcast zu hören oder PK zu schauen. Jemand, der es dennoch tut, macht das freiwillig. Ich beispielsweise höre euren Podcast nach nur zwei Folgen nicht mehr weiter, schaue aber weiter die Serie. Vielleicht bin ich nicht der Einzige. Ja, Michael, auf Twitter wurden wir auch als Podcastende Opas beschimpft. Also für mich trifft es nicht zu und du hast auch noch keine Enkelkinder. Also weiß ich jetzt nicht, ob man da uns meint, aber ey, so be it. Ich bin ja, wenn uns meckern, also erstmal, gerade im letzten Cast, habe ich glaube ich dreimal gesagt, ey, A, finden wir es irgendwie auf eine komische Weise ganz gut, auch wenn es trotzdem großer Unsinn ist und auch mindestens zweimal gesagt, hey, wenn ihr das mögt, dann lasst es euch von uns nicht malig machen. Und ich meine, man kennt uns jetzt gut, jetzt ist der Stefan natürlich hier neu bei uns, der hat auch nur zwei Folgen gehört und wird nicht mehr weitermachen. Alles gut, ja, ist in Ordnung. Ich glaube allerdings, dass, ich will dem Stefan nicht zu nahe treten, aber ich glaube, er schreibt unter Facebook-Werbung auch, ist zu teuer. Ja, ich habe eher, also ich habe kein Problem mit der Mail. Überhaupt gar nicht, null. Nein, jeder darf seine Meinungsäußerung äußern, das ist ja auch nichts anderes als Meinungsäußerung, was wir hier machen. Genau, wir sind ja jetzt nicht irgendwie im professionellen Bereich unterwegs, wo wir Kriterien XYZ, natürlich nach unseren Kriterien, und wie wir immer wieder sagen, wir versuchen es einigermaßen objektiv mit einem sehr subjektiven Einschlag zu bewerten, aber deshalb hört ihr uns ja, weil ihr unsere Meinung über etwas hören möchtet, und das ist in Ordnung. Und wenn jemand mit der Meinung nicht klarkommt, klar, es ist seine Sache. Was ich mich nur manchmal bei solchen Mails frage, ist, wir müssen da ja scheinbar irgendeinen Nerv getroffen haben, dass er sich hingesetzt hat und diese Mail geschrieben hat. Weil, ganz ehrlich, ich persönlich würde es, glaube ich, nicht machen, wenn ich mir einen Podcast anhöre, den ich nicht mag, dann lasse ich den links liegen und mache mir nicht viele Gedanken darum, Feedback zu geben. Ich finde es einerseits gut, aber andererseits kann ich es persönlich immer schwer nachzuvollziehen, warum, wenn man es nicht mag, man dann noch die Energie da reinsetzt, das noch in der Art und Weise zu begründen. Können wir uns nur verbessern, aber ja. Naja, sagen wir es mal so, ich hatte ja explizit darum gebeten, dass wenn uns jemand eine Ein-Sterne-Bewertung gibt, dann möge er doch bitte darunter schreiben, warum. Also jetzt vor allem bei iTunes oder so, wo man das ja auch machen kann. Und das finde ich ja okay. Was ich halt immer so interessant finde, ist, dass ich auch in dieser Mail kein einziges Argument gefunden habe, dass irgendwie auf die Story oder sonst irgendwas eingeht. Ich meine, Punkt 1, Punkt 2, hören wir kurz mal den an. Ich persönlich finde auch, dass in euren Besprechungen wesentliche Elemente entweder komplett ausgeklammert werden oder nach meinem Empfinden zu kurz kommen. Beispielsweise die Inhalte von Gesprächen der Charaktere. In Klammern, es wird eher gesagt, sie quatschen zu viel. Andererseits sind Action-Szenen dann auch nicht in der Tiefe erwünscht, wie dargestellt. Es gibt mehrere Gespräche, in denen die Qualität der Schauspieler nach meiner Meinung sehr gut sichtbar wird, die außerdem den Fortgang der Handlung tragen und die Motivation liefern und damit dann auch plausible Erklärungen für das, was geschieht. Das wird in eurem Podcast leider viel zu dürftig abgehandelt. Stattdessen geschieht das unter 1.1 Beschriebene. Ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann gesagt haben, die quatschen zu viel, sondern sie quatschen halt Unsinn. Das ist halt das, was es unter Umständen gibt. Zum Beispiel die Szene mit Picard und Jack an der wiederverwendeten Bar-Szenerie, wo es eigentlich gerade interessant wird, wenn Jack nämlich sagt, warum er sauer auf ihn ist und dann blendet man halt aus. Oder jetzt wie in dieser Folge, wo es ein Gespräch zwischen Riker und Troy gibt, was total deep sein soll, am Ende aber rauskommt, dass Troy jetzt halt einfach eine versnobbte Carrie mit Latte Macchiato in New York sein will. Verstehst du? Das sind halt dumme Dialoge. Und ich habe an keiner Stelle gesagt, dass die Action-Szenen dann auch nicht die Tiefe haben. Die Action-Szenen sind halt doof. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Auch hier der Kampf von Ruffy gegen die Changelings. Plötzlich gibt es wieder Schwerter. Also das hatten wir schon mit Space Legolas, dass sie so Schwerter fixiert sind, obwohl sie alle Phaser und so am Mann tragen. Die Changelings setzen keine einzige ihrer Changeling-Powers ein. Also keine einzige. Und werden am Ende hinterrücks von Worf erschossen. Okay. Das, ja. Was soll ich sagen? Ja, ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, die alten, machen wir wieder einen Vergleich zum alten. Ich meine, wir reden immer wieder, diese Serie, PK, die schreit ja dazu, die ruft ja dazu auf, dass wir einfach vergleichen mit TNG. Gerade die dritte Staffel, was das angeht. Und ja, TNG hatte damals nicht das Riesenbudget und entsprechend auch nicht die Effekte und auch meist nicht die Choreografie. Aber das, was man dann zwischendurch gesehen hat, das war wenigstens gut einstudiert und gut umgesetzt in dem Rahmen, wie es geht. Heutzutage hat man immer mal wieder das Gefühl, es werden Kampfszenen reingebracht, weil jede Action-Serie irgendeine Kampfszene braucht. Und wenn man es leider nicht auf dem Niveau kann, dann sieht es dann schnell schlecht aus. Gerade in einer Zeit, wo wir leben, wo wir so einen John Wick haben. Oder, was ich zuletzt gesehen habe, Nobody. Wo einfach Stunt-Performer drin sind und Stunt-Choreografen, die in der Königsklasse unterwegs sind. Da fällt sowas schnell wieder ab. Und auch, ja, vor allem, wenn man Waffen einsetzt. Wer hat denn früher Waffen eingesetzt? Es waren kriegerische Rassen wie die Klingonen, die dann mal auf ihre Butlets und so gegangen sind. Die meisten anderen haben ganz stumpf mit Phasern geschossen und sich hinter irgendwelchen Plastiksteinen versteckt, so ungefähr. Und das hat dann funktioniert. Und wenn man dann jemanden wie Raffi nimmt, die ihre bestimmt 30 Jahre Kampferfahrung haben muss und immer wieder eingesetzt hat und dann eine etwas lieblose Kampfszene hier sieht, dann fragt man sich, was soll das? Es ist ähnlich wie, erinnerst du dich an Iron Fist? Die Kämpfe? Mhm. Ja. Ja, die, ich meine, da hatten die keine Zeit, die hatten, das war Grund, warum die Serie leider nicht gut war, auch in der Kampfchoreografie, wo sie hätte glänzen müssen, weil die einfach keine Zeit zur Vorbereitung hatten. Und wenn die hier sich jetzt nicht Wochen vorher nehmen, um sowas einzustudieren und nicht den perfekten Stuntment dafür haben, dann wirkt sowas wie leider so ein bisschen hingerotzt. Ja, und um auch bei der Action zu bleiben, gerade in der Folge 9, wir besprechen ja heute 7, 8 und 9, da ist es halt ein klassisches Tell-Don't-Show. Also die komplette Schlacht, also soweit die halt stattfindet, findet halt einfach vor diesem Viewscreen statt beziehungsweise auf der kartenartigen Darstellung und that's it. Und ja, sorry, das finde ich halt dann einfach ein bisschen lame, schlicht und ergreifend. Aber gut, da hat er noch einen... Das fand ich noch nicht mal, das fand ich noch nicht mal. Okay. Ja, man kann es auch inszenatorisch spannend machen, aber ja, okay, natürlich... In den 90ern, wir hatten noch nichts anderes in den 90ern. In den 90ern wurde alles davon erzählt. Und deshalb, weil das Ganze hier sehr großer Nostalgia-Porn ist, hat es ja auch wieder reingepasst. Na gut, von mir aus. Von mir aus, wie gesagt, alles gut, von mir aus. Aber er hatte noch einen zweiten Punkt. Punkt 2. Eure leider viel zu vielen und damit nervigen Anglizismen. Zweiter ungebetener Tipp. Nicht jeder Nerd spricht Denglisch. Denen, die es tun, würde sicher auch die Hälfte reichen. Die, die es nicht tun, schämen sich fremd für euch. Es ist in eurer Sendung viel zu viel Come on, really? Und zu viel Vibe, in Klammern Harry-Potter-Vibe, etc., etc., enthalten. Man darf das ruhig mal so sagen, aber nicht ausschließlich. Das scheint offenbar eure Vorstellung von den Star Trek-Fans und Nerds da draußen zu sein. Sorry, spricht mich nicht an. Viele Grüße, Stefan. Ah, come on. Really? Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich spreche halt so. Also, kann ich an der Stelle schlicht und ergreifend einfach nur sagen, get over it. Das ist halt meine Marotte. Du hast das ja jetzt ehrlich gesagt nicht so. Bei dir ist es halt dein Zumindestens, was manche Leute triggert. Was aber gar nicht so mehr, das kommt fast gar nicht hervor. Also, du achtest da wirklich drauf. Wenn man es mir sagt, dann kommt mein Ä raus, mein Ä und Ö, dann braucht Chris nicht mehr so viel zu schneiden. Wenn man mir sagt, dass ich den ganzen Tag mache, dann versuche ich es weniger zu machen. Auch wenn das Mikro dann vielleicht das mehr mit aufnimmt, was sich dann nicht beeinflussen kann. Aber ja, da bin ich prinzipiell bei ihm von früher her. Ja, ich konnte es eine ganze Weile lang auch nicht haben, dass gerade so in der Agenturbranche dieses Denglisch gesprochen wird. Boah, Alter. Ach, komm, das müssen wir doch jetzt handeln. Die Deadline ist morgen schon overdue, ja? Ja, aber ich meine, Deadline kann man mit reinbringen. Das hat irgendwie noch was. Aber dann Overdue mit reinzubringen, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich erwische mich immer öfter dabei, dass ich es auch mache, weil es einfach so langsam in den Sprachgebrauch hineinfließt. Trotzdem, ja, ich glaube, gerade deshalb, weil es in die allgemeine Sprache, auch in die Jugendsprache mit reinfließt, habe ich nicht mehr so Probleme damit wie früher. Aber ich kann den Punkt verstehen, warum es nervt. Bei dir finde ich es aber, ich habe deutlich schlimmere Kollegen und Kolleginnen, die dementsprechend unterwegs sind. Deshalb bist du komplett harmlos. Also, alles relativ sehen. Alles relativ sehen. In dem Fall, in dem Punkt fällt mir noch ein schönes Zitat aus einem Teams-Call ein, wo wir einen Pitch gemacht haben mit einer anderen Agentur. Und da stand irgendwie so ein Satz und dann meinte der eine Head of Hau mich tot, wollen wir wirklich Ex-Ante sagen? Das versteht doch niemand. Wir sollten lieber Predictable nehmen. Das fand ich herrlich. Ja, ja, das war schön. Also, ich sage mal so, vielleicht achte ich mal ein bisschen drauf, aber ich würde ehrlich gesagt, don't count on it. Da-dam. Legt den Pee in die Wunde. Dann schreibt uns die Ina noch mal kurz als Antwort auf ihre letzte Mail, wo wir ihr ja Dreck am Dienstag nahegelegt haben. Sie war heute das erste Mal in unserem Livestream dabei. Da in meinem Freundeskreis so gar keiner auf Star Trek abfährt, ist das herrlich, einfach mal viel darüber zu hören. Chris, du hast mir total aus dem Herzen gesprochen, dass die dritte Staffel von The Orwell viele bewegende, eigentlich unspektakuläre, aber wunderbare Momente hatte. Unfassbar gut fand ich die Zeitreise von Molloy. Ja, allerdings, das war wirklich eine sensationelle Folge. Auch schauspielerisch war das ganz großes Kino. Auch die Kelonia-Fersklavungsfolge war mega. Das sind einfach Magic Moments. Alles gut. Da ist kein großer Spoiler an der Stelle dabei. Habt ihr eigentlich schon die Orwell und Loratex jeweils dritten Staffeln besprochen? Nein, haben wir noch nicht. Ich will es jetzt nicht sagen, dass wir es machen. Natürlich würde ich gerne was dazu machen, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Und neulich habe ich in einem Podcast von euch gehört, dass ihr Polaski gut fandet. Ich war immer Team Polaski und keiner wollte das hören. Ja, ey, ich war sowas von Team Polaski. Hatte ich ja gesagt, als Kontrapunkt zu PK war sie einfach super. Danke für den Tipp mit Trek am Dienstag, Zwecksbesprechung aller Serien. Hab schon mal reingehört, also weiter so. Bitte bleibt so direkt, klar und ehrlich. Aber bewahrt euch unbedingt euren trockenen Humor. Liebe Grüße aus Sachsen. Also das ist dann halt so eine andere Sache. Man mag uns ja auch dafür, dass wir den Finger ein bisschen in die Wunde legen. Und ich sag mal so, auch nochmal, um auf die vorhergehende Mail zurückzukommen. Und das ist auch das, was du gesagt hast. Das ist hier unsere Meinung. Und natürlich sind wir uns voll und ganz bewusst, dass wenn wir unsere Meinung äußern, das ist ja das, was viele Leute heutzutage vergessen haben, wenn sie sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Doch, man darf alles sagen. Man muss halt nur damit leben, dass es halt auch ein Feedback gibt und eine Replik auf das Ganze. Genauso leben wir auch damit. Ich würde mir nur einfach mal wünschen, dass mal Substanz dahinter ist. Es kommt immer nur, wir meckern. Aber es hat mir noch nie irgendjemand, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn ich mit vielen anderen spreche, die Kritik an diesen neuen Star Trek Sachen äußern, dann hat auch noch nie irgendjemand getroffen, der mal dezidiert auch mal rauslegen konnte, warum das neue Zeug jetzt so toll ist. Es darf einem ja gefallen, hey, mach es, alles gut. Aber dann muss man und gerade bei dieser Staffel auch so fair und ehrlich sein, dass man gerade bei dieser Staffel einfach voll in die Member-Barry-Jaure gefallen ist und sich darin suhlt. Und das ist halt einfach so. Das ist ja auch okay. Ich bin ja ganz ehrlich, bei der Szene mit der Enterprise, die ist mir auch ein bisschen warm ums Herz geworden. Ich fall ja auch dafür rein. Ich find's ja auch gut auf der einen oder anderen Stelle. Aber ganz ehrlich, da muss man halt auch wirklich mal so ehrlich zu sich selber sein. Und vielleicht liegt's natürlich auch daran, Michael, dass wir einfach einen enormen Verschleiß an Serien haben. Und vielleicht ist es einfach so, dass wenn du gar nicht den ... Weißt du, wenn du immer in deinem Leben nur Skoda gefahren bist, weißt du gar nicht, wie geil ein Mercedes ist. Ich hab's jetzt gerade erfunden, das Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn du halt mal was anderes gefahren bist, dann willst du unter Umständen halt nicht mehr zurück. Und vielleicht ist es das so, dass das ... Es ist auch einfach wieder diese Relation. Du hast vollkommen recht. Wir schauen sehr, sehr viel. Und wir haben auch einen gewissen Standard, den wir uns mittlerweile angeschaut haben, den wir erwarten. Weil wir auch einfach viel Großartiges dazwischen haben. Aber ich kann's nicht mal von meiner Familie, kann ich auch her sagen. Schwiegermutter und Schwager von mir, die lieben ... Ich würd's jetzt bezeichnen, Trash-Unterhaltung. Teilweise ganz seichte Sachen, die ich mir niemals anschauen würde. Und teilweise wirklich Trash, den die ganz toll finden. Und aus dem Grund gibt es ja solche Produktionsfirmen wie The Asylum, weil es ja ein Publikum dafür gibt, dass auch solche Inhalte gut findet. Und es wär ja schwachsinnig, wenn alles total homogen wäre und alles gleich aussieht. Deshalb haben wir ja Diversität. Und deshalb brauchen wir Diversität in Medien und allem anderen. Deshalb respektiere ich auch total, wenn jemand auf gewisse Sachen nicht steht. Ich muss es nicht verstehen, aber ich respektiere es in dem Fall. Weil ich weiß, dass ich auch auf manche Dinge stehe, die völlig absurd sind und völliger Schwachsinn sind. Nur weil es irgendwie, und jetzt haben wir wieder das englische Wort, ein Guilty Pleasure von mir ist. So ein kleines, unschönes Geheimnis in der Richtung. Aber dafür sind wir in einer enorm riesigen Medienlandschaft, die einfach jedem mittlerweile irgendwelche Inhalte gibt. Und jeder hat einen Streamingdienst fast schon für seine Bedarfe und Bedürfnisse, was das angeht. Und das ist das Schöne. Man muss es sich nicht anschauen. Man muss es sich nicht anhören. Man kann umschalten. Man hat nicht mehr nur die Wahl zwischen drei Sendern, die da unterwegs sind, wie vor fast schon 40 Jahren, was das angeht. Man kann genau seinen Interessen folgen. Und ja, auch hier wieder Feedback, wem es dann nicht gefällt, der kann umschalten. Es ist ja nicht so, als wären wir der einzige Podcast hier so ungefähr. Genau. Und ich kann auch voll und ganz verstehen, dass man sich in der Freizeit vielleicht dann mit Dingen umgeben will, die einfach einem mehr taugen, weil es zu einer Meinung gespielt. Ich persönlich zum Beispiel höre gerne Podcasts, ich höre ja hauptsächlich politische Podcasts, die, ich sag mal, meinungstechnisch, also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade links außen hören. Gut, rechts außen würde ich natürlich auch nicht hören. Aber da lasse ich mich ja, da höre ich durchaus Podcasts, die tendenziell eher, sag ich mal, linksliberaler sind, was jetzt eher meine konservative Einstellung nicht so ganz entspricht. A, weil ich wissen will, wie argumentiert sozusagen der politische Gegner, um es mal so auszudrücken. Aber auch um natürlich, weil es natürlich völlig in Ordnung ist, sich auch mal ein bisschen, ein bisschen kitzeln zu lassen. Und auch mal, und ganz ehrlich, wenn ich Junge naiv höre, kriege ich regelmäßig Pimpernellen, wenn ich dem Thilo Jung zuhöre. Ich weiß natürlich, dass es teilweise Programm ist, dass es so sein soll. Aber ich denke mir ab und zu mal, okay, du treibst das A mit dem Naiv jetzt ganz schön weit. Und bei vielen Dingen denke ich mir so auch, ja, theoretisch ist das so. Aber es gibt halt eine Realität der Tausendfreund der Sonne und die lässt es halt nicht zu. Das höre ich mir aber auch an. Deswegen muss ich damit nicht d'accord gehen, um mal was Französisches zu sagen. Aber das höre ich mir trotzdem an. Aber das muss natürlich nicht jeder tun. Ich kann auch freuen uns ganz verstehen, wie man sagt, ich kann Thilo Jung und Jung und Naiv zum Beispiel überhaupt nicht aushalten. Umso lustiger finde ich es halt dann, wenn dann mal von irgendjemandem ein bisschen gegrillt wird umgekehrt. Da kommt er nämlich dann auch nicht mit zurecht. Und das ist sehr schnell beleidigt. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Das muss natürlich jeder Hand haben, wie er will. Ja, das muss ich übrigens, um jetzt auch mal politisch zu werden, der nicht ganz linken Ecke, aber der linkeren Ecke in den Medien zugestehen. Wo ich mich selber auch in der linken Bubble meistens wiederfinde, in dieser linken Blase, um es auf Deutsch zu sagen. Die linke Seite ist kritikfähiger als die rechte Seite an vielen Stellen. Aber nicht untereinander. Die linke untereinander ist überhaupt nicht kritikfähig. Ja gut, wenn wir jetzt über die Partei die Linke sprechen oder so. Ja, da hast du... Nein, 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 nein. Nicht nur, nein, nein. Ich meinte gar nicht die Partei. Linke unter sich, nicht die Partei, sondern Linke unter sich sind... Deswegen kommen die auch nicht so weit. Gerade jetzt die Linke, weil sie... Och, jetzt wird es heute noch ein Politik-Podcast. Weil sie... Linke und... Die Rechten sind sich alle einig. Rechts ist man sich fast immer einig. Kannst du gut, kannst du schlecht finden. Aber die stehen geschlossen. Und die AfD steht geschlossen da. Die Linken hauen sich immer gegenseitig und untereinander auf die Möppel. Das ist das Problem der Linken. Ja, aber es ist dann... Genau, sie hauen sich gegenseitig auf die Köppe ein, aber auch, weil sie miteinander diskutieren können. Man hat manchmal das Gefühl... Das ist richtig. ...in der rechten Ecke, da wird keine Diskussion mehr zugelassen, weil man klar seiner Religion folgt am Ende. Ähm, und damit... Fair enough. Damit habe ich dann ein Problem. Es wird immer darüber gestritten, dass wir heutzutage keine Diskussionskultur mehr haben. Aber in manchen Ecken werden keine Diskussionen mehr zugelassen. Einfach, was das angeht. Da bin ich bei dir. Es gibt extreme Seiten bei beiden. Und ich zähle mich, wie gesagt, mehr in der grün-versifften Ecke, wie das viele sagen würden. Da bin ich eher unterwegs. Aber ich weiß auch, warum. Und wenn ich dann... Naja, wenn man dann sagt, so eine Heute-Show oder so ein ZDF-Magazin Royale, die sind eher in der linken Ecke unterwegs. Ja, ich weiß, warum Comedy mehr im linken Bereich funktioniert als im rechten Bereich, weil einfach noch ein anderer Blickwinkel darauf gesehen gelingt wird. Jetzt gibt es natürlich so ein bisschen das Problem, jetzt machen wir das Fass mal eben kurz auf und machen es zu Ende. Ich habe meine Überleitung, da habe ich schon im Kopf. Ich habe ja ein Problem damit, wenn man sagt, ja, zum Beispiel linke Comedy, dann muss ja das Gegenstück rechte Comedy sein. Ist dann Dieter Nuhr und Lisa Eckert, sind das dann rechte Comedy? Absolut. Ja, aber dann müssen wir aber vorher auch mal rechts definieren und sagen, rechts von der Mitte, aber noch auf Basis des Grundgesetzes. Das können wir uns darauf einigen. Ja, natürlich. Das heißt, nichts rechtsradikales und nichts linksradikales. Okay, nur das war, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Begriff rechts. Weißt du? Dann darauf, wenn wir uns darauf einigen, dann ist das okay. Also ich spreche jetzt nicht von links ist nur RAF und rechts sind nur Nazis. Nee. Okay, gut. Okay, dann nehmen wir mal Dieter Nuhr als äußerste rechte Ecke und Volker Pispas als äußerste linke Ecke. Ja. Volker Pispas ist halt anti-amerikanisch und anti-transatlantisch bis zum geht nicht mehr und seine politische Propaganda, die er da, oder seine wirtschaftliche Meinung, die er da durchs Dorf treibt, ist halt unglaublich biased. Das ist halt bei Dieter Nuhr genauso. Ich finde beide, ich kann bei beiden gut lachen, ab und zu mal, nicht bei allem Gags, ja, weil manches ist mir halt auch zu viel provozieren um das provozieren zu wollen. Aber ich finde halt, dass ein Volker Pispas oder auch andere die Aufregung bei einem Dieter Nuhr oder bei einer Lisa Eckart ist viel, viel größer in der, um mit deinen Worten zu bleiben, linksgrünen Bubble auf Twitter, als bei den unsäglichen anti-amerikanischen Tiraden von Volker Pispas. Da ist für mich halt auch so ein Wahrnehmungsungleichgewicht. Und ganz besonders auffällig war mir das, wenn ich das kurz zu Ende sagen darf, wir machen gerade einen Riesenfass auf. Ach komm, wir machen das jetzt. Wir haben jetzt keinen Bock drauf. Und ganz besonders auffällig fand ich, als die, und ich zitiere auch wieder dein Wort, die linke Bubble bei der letzten Bundestagswahl aus allen Wolken gefallen ist, wie es denn sein kann, dass 21% der Jungwähler FDP wählen, wie 21% der Jungwähler die Grünen wählen. Da war nämlich meine linksgrüne Bubble auf Instagram völlig geschockt, weil es in deren Welt überhaupt nicht stattfindet. Es kann nicht sein, es darf nicht sein, was nicht sein, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und das ist halt, das ist so ein Hi-Ti-Ti da teilweise, wo ich mir so denke, so ey Freunde, das ist halt, hat mit Realität nichts zu tun. Und deswegen clash das auch immer so, wenn es dann halt mal ums Gendern geht, wenn es dann mal um die vegane Wurst geht, etc. pp., weil viele Leute da in einer Bubble leben, in der sich halt alle gegenseitig hochjatzen, wie schön korrekt sie sind, aber draußen es halt Leute gibt, die einen Scheiß drauf geben. Das letzte Beispiel hatte ich halt wiederum die politisch korrekte Diskussion vom Hogwarts Legacy, wo ich halt auch viele Leute kenne, die das überhaupt nicht mitgekriegt haben und die dann plötzlich sich anhören müssen, was für ein ignorantes, trans-homophober Arschloch-Mensch sie sind, weil sie das Spiel jetzt spielen, aber von dieser ganzen J.K. Rowling-Diskussion nichts mitgekriegt haben, weil deren Lebensrealität einfach eine komplett andere ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind die Linken ganz besonders stark drin, solche Menschen dann zu verurteilen. Und das ist das, was mich ehrlich gesagt, was die Linke, was diese politische, und nochmal, ich finde es toll, wenn wir mehr Inklusion haben, ich finde es toll, wenn Menschen berücksichtigt werden, etc., da habe ich überhaupt nichts gegen. Aber so wie es gehandhabt wird, schreckt es Menschen ab und es ist völlig kontraproduktiv. Und das ist dumm. Das ist einfach dumm. Die Klimakleber sind genauso dumm. Das Anliegen ist richtig, aber der Protest ist dumm. Ja, also, ich würde vieles unterschreiben, was du da sagst. Ich finde einige Sachen vom Pisspost gut, anderes ist dann schon grenzwertig. Aber der ist jetzt auch schon wirklich in der sehr linken Ecke, was das angeht. Ich bin jetzt Beispiel... Habt ihr ja so gesagt, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt Beispiel bei diesem ganzen Anti-Amerikanismus von gerade den Linken nicht mal ansatzweise dabei. Nicht mal im Ansatz würde ich das machen. Und auch diese ganze Putin-Versteherei, die dann da mit reinkommt. Größter Schwachsinn überhaupt, den es für mich persönlich gibt. Also, ich möchte jetzt keinen verletzen. Für mich persönlich ist Putin-Versteherei katastrophal. Ich hoffe aber trotzdem, dass Sarah Wagenknecht eine Partei macht, weil die nämlich hoffentlich Stimmen von der AfD abgräbt. Ja, boah. Ey, Sarah Wagenknecht ist ja noch nicht mal links. Die ist ja sowas von ein extremes Spektrum, was das angeht. Ich kann das Video vom Parabelritter zu Sarah Wagenknecht empfehlen. Der ist zwar auch mehr in der linken Bubble angesiedelt, was das angeht. Aber der macht so unglaublich gut recherchierte Videos, dass ich dummerweise mich bei manchen Themen fast ganz auf ihn verlasse, weil es mir einfach zu komplex ist. Da frage ich mich immer, bei ihm hat der ein Team oder macht der das alles? Der macht das alles ganz alleine. Der macht das alles ganz alleine. Aber dementsprechend, das ist ja auch sein Vollzeitjob mittlerweile, was das angeht. Der haut jeden Sonntag da ein Video raus und man denkt, Alter, die Recherche, die du da rein hast, wunderbar. Und Sarah Wagenknecht zum Beispiel hat ja auch, die hat mir vorher eigentlich nichts gesagt. Klar kennt man sie aus diversen Talkshows, aber dann hat sie irgendwie ihre Meinungen gewechselt, wie ihre Klamotten so ungefähr in manchen Stellen, was das angeht. Und das hat sich dann bestätigt, dass diese Frau ganz mir mittlerweile so dermaßen suspekt ist bei dem, was ich von ihr gehört habe, obwohl ich sie früher, glaube ich, mal sogar sympathisch fand, obwohl ich nichts von ihr wusste. Und das ist meine Sicht der Linken babbelt, dass das angeht. Der Linken Blase. Ich bin in einer Ecke, die jetzt nicht ins Extreme reingeht. Die Klimakleber, ich kann die Kritik an denen verstehen und ich kann die aber auch verstehen, warum die ins Radikalere reingehen, weil sie der Verzweiflung unterliegen, dass einfach nichts geschieht. In der Realität stimme ich dir zu, dass es nicht so einfach ist, einfach Dinge zu machen. Aber wir sind ja schon bis Oberkante am Rand, wo wir kaum noch eine Gelegenheit haben, das Schiff umzudrehen, was den Klimawandel angeht. Das Schiff ist abgefahren, was das angeht. Und das ist die Verzweiflung, die sich dann in der Ecke wiederfindet. Und die Mittel werden dementsprechend extremer. Aber auch wenn ich mir dann im Gegensatz dazu, wie heißt die Lisa Eckhardt, als ich mir zuletzt mal das Comedy-Programm von der angehört habe, das fand ich schon wirklich extrem. Diese Untertöne von dem, dass man ihr nichts vorschreiben darf und dass ja alle dann doch irgendwie, also dieses sarkastische Ton, der eine gewisse Bosheit da mit drin hat, den mag ich überhaupt nicht. Und nachdem die, ich habe sie mir nie angesehen, aber nachdem die Böhmermann-Folge vor ein paar Wochen lief, wo er ja nur parodiert hat, was das angeht, die ich mir auch ganz schwer ansehen konnte, weil er es wirklich ins Extreme getrieben hat, was das angeht, kann ich viele Sachen weiterhin nachvollziehen. Auch Dieter Nuhr. Ich fand den früher mal lustig. Mittlerweile, was ich von dem sehe, der beschwert sich ja nur noch darüber, dass er nicht mehr, dass er zum Gendern gezwungen wird. Auch hier, es zwingt einen noch keiner zum Gendern. Es ist auch einfach nur ein Thema, was in den Medien dermaßen hochgeschoben wurde, dass man nicht mehr ansatzweise in gemäßigten Rahmen darüber reden kann und wieso es Argumente für und wieso es Argumente dagegen gibt. Es gibt für die beiden Ecken nur noch falsch und richtig und ich möchte gerne in Grautönen reden und diese Diskussion geht in politischen und satirischen Ecken oft verloren. Und für mich einer, also deshalb sage ich es auch wieder, die Heute-Show und so ein Böhmermann, die sind meine linke Bubble, wo ich sage, ja, die betrachten das Ganze differenziert und die betrachten das Ganze richtig differenziert und auch der Parabere-Ritter, der so einige auseinandergenommen hat, wenn man sich mal die Realität vor Augen sieht, was manche Politiker sich in ihrem Leben schon geleistet haben und trotzdem noch ganz oben sind. Ich meine, schau dir, ich war mal SPD-Wähler, bin aber mehr in den Grünen, sondern Olaf Scholz, wir hatten doch bei der Bundeskanzlerwahl hatten wir doch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera und dann ist es halt Pest-Scholz geworden, was der in Hamburg damals alles getrieben hat, das geht ja auch unter keine Kuhhaut mehr. Aber wir haben ja oft gar nicht mehr und vor allem im politischen Spektrum haben wir gar nicht mehr die Wahl in den gemäßigsten Positionen, weil es keine Leute mehr gibt, die da gemäßigt vorankommen und die einen Aufstieg erleben können. So ein Habeck und so eine Baerbock sind für mich mittlerweile die Gemäßigten, aber die werden von der linken Ecke dann wieder dafür verschrien, dass sie zu sehr sich nicht einnullen lassen, aber dass sie zu sehr Kompromisse eingehen haben. Ja, das ist ja das, was ich meinte, dass die Linke sich gegenseitig dann disst, weil es halt jetzt mal ein paar Realpolitiker gibt. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, wir haben eine goldene Regel beim Nalizismus gebrochen, wir wollten eigentlich nie politisch werden, aber um das nochmal ganz kurz abzuschließen, weißt du, wir tauschen ja hier jetzt ganz normal Argumente aus, wir werden jetzt einträchtig und friedlich weiter über PK sprechen, es gibt aber halt Menschen, und das habe ich jetzt persönlich, noch hat es mir noch niemand gesagt, aber ich habe das schon mehrfach gelesen, die in der Tat ihre Freundeskreise inzwischen danach definieren, was andere Menschen wählen und damit habe ich dann echt ein Problem, also ich, wenn mir jemand begründet, warum er mal bei der AfD ein Kreuz gemacht hat, würde ich zumindest mit dieser Person reden, wenn ich sie schon in der 20, 30 Jahren kennen würde oder so, dann würde ich vielleicht sagen, gut, dieses Thema klammern wir aus, aber ich würde solche Menschen nicht aus meinem Freundeskreis verbannen, jetzt extreme rechts und links außen vor, aber das, weißt du, früher meine Eltern, wenn die Besuch hatten, der beste Kumpel von meinem Vater ist ein Sozi durch und durch gewesen, was haben die sich gefetzt und wenn du dir heute mal eine Rede vom Strauß anhörst, das ist ja, das ist ja rechte Rhetorik ohne Ende, es war halt in den 80ern war das noch Mitte, es verschiebt sich halt alles in irgendeiner Art. Ja, natürlich, es verschiebt sich halt und die haben sich gefetzt, unglaublich, ja, also ich hab das ja als Kind wusste ich ja nie genau, worum es ging, ich hab die nur immer schreien am Tisch, abends, Samstagabends, wenn die schon ein bisschen was gedrucken haben, aber die haben sich halt immer noch verstanden und heute hab ich manchmal das Gefühl auch über solche Dinge wie eben auch und jetzt schlagen wir mal den Bogen zu Star Trek und zum Fandom, entzweien sich teilweise Freundschaften und auch diese Staffel schafft es nicht und ich hätte es gedacht, sie kriegt es hin, aber auch diese Staffel schafft es nicht, den Fandom wenigstens halbwegs zu versöhnen, denn wir haben auf Twitter eine Umfrage gemacht nach dem Reveal in der neunten Folge, ob denn die Leute damit zufrieden waren und wie es ihnen gefallen hat und die, sagen wir mal, 54% sagen, ja, sie sind damit zufrieden und 46% sagen, sie sind damit nicht zufrieden und im Moment läuft die Abstimmung noch ein bisschen und es schwankt eigentlich immer so plus minus ein paar und über 100 Leute haben mitgemacht, also es ist, es ist schwierig, komm, lass uns mal die Folgen 7, 8 und 9 besprechen. Folge 7, im vorgefundenen Androiden kämpfen die Persönlichkeiten von Lore und Data um die Vorherrschaft, was Geordi vor große Herausforderungen stellt. Seven versucht ihren früheren Crew-Kollegen Tuvok zu kontaktieren, um ihn um Hilfe zu bitten. Admiral Picard befürchtet, dass die abtrünnigen Wechselbelger seine konservierte Leiche dafür nutzen könnten, um die Feierlichkeiten am Frontier Day anzugreifen. Picard und Beverly erfahren schließlich mehr über Vaddicks Geschichte und die Beweggründe für ihren Rachefeldzug. Dominion heißt die Folge, auch wenn das Dominion irgendwie so gar nicht erwähnt wurde. Kennst du diese Serie, in der eine Rasse von künstlichen Lebensformen nach einem Krieg mit der Menschheit lange verschwindet und dann irgendwann wieder aufzutauchen mit Doppelgängern an einem Feiertag, bei dem sie dann die komplette Flotte unterwandert haben und nur noch ein eingemottetes Schiff aus dem Museum mit einem schon in Rente gegangenen Admiral den Tag retten muss? Die war gut, ich mochte die. Du, wir haben sogar mal einen Fanfilm dazu gemacht. Ernsthaft? Als Abifilm oder was? Nein, nein, nein. Wir haben wirklich einen Fanfilm gemacht. Wir haben eine Zeit lang mal für eine gute Freundin von unserer WG, unserer Studenten-WG mit sechs Leuten. Damals sind wir übergegangen, Geburtstagsvideos für sie zu machen. Und da war auch ein Video Battlestar und da war ich Admiral Adama in dem Video. Vielleicht findet ihr es noch bei YouTube, ich möchte euch nicht direkt darauf hinweisen, weil es weiß ich nicht, wie gut es gealtert ist und für wen es geeignet ist. Aber ja, durchaus ist mir bekannt. Aber es ist mir auch erst, nachdem du es mir gesagt hast, wirklich aufgefallen, weil ich mir diese reinen Fakten der Serie nicht vor Augen gehalten habe. Also um ehrlich zu sein, ist mir das geradezu ins Gesicht gesprungen. Vorhin schon habe ich dich ja extra angerufen, ob wir heute überhaupt eine Besprechung in der üblichen Form machen sollen, nämlich indem wir über die einzelnen Folgen sprechen, weil ich habe irgendwie gar keinen Bock über diese anderen zwei Folgen davor zu sprechen, weil dieser Reveal, der für mich halt einfach, wie gesagt, wenn du Battlestar Galactica, für alle die nicht wissen, worüber wir sprechen, wir sprechen über Battlestar Galactica, das Reboot, von Kampfstern Galactica aus den späten 70er, Anfang der 80er, da gab es eine fantastische vierstaffelige Serie zu, die also meiner Meinung nach das Sci-Fi Erzählen auf ganz neue Maßstäbe gesetzt hat und der Grundplot ist einfach, dass die Zölonen, also eine Maschinenrasse, die die Menschen erschaffen haben, nach 40 Jahren Frieden und auch verschwunden sein, plötzlich in der Lage sind, Replikanten, also genau menschlich und auch nicht detektierbare künstliche Menschen Doppelgänger zu schaffen, damit unterwandern sie die Menschheit und an irgendeinem Jubiläum, ich glaube, als der alte Kampfstern Galactica eingemottet werden soll, wird nämlich dann die komplette menschliche Flotte, die, surprise, surprise, untereinander vernetzt ist, durch ein Virus lahmgelegt und so ist die menschliche Verteidigung auf einen Schlag Geschichte und die zu lohnen übernehmen dann eben den Heimatplaneten und die Menschen müssen fliehen, angeführt von einem Admiral im Ruhestand, nämlich Admiral Adama, so, mit dem alten Kampfstern Galactica, der aus dem Museum kommt, weil er nämlich analog ist und, sorry, ich, wir werden jetzt gleich nochmal ein paar einzelne Handlungsstränge besprechen, ein paar einzelnen Charakter besprechen, aber als das der Reveal war, ey, das ist für mich einfach der kreative Bankrott, das ist für mich einfach der kreative Bankrott und dann wird auf Twitter wird das abgefeiert, greatest story ever, top 10 Star Trek Episodes, gibt Tilly Mastallis oder wie er heißt, das komplette Budget und weiß der Teufel was und ich denke mir so, ne, 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 bitte nicht, ja, wenn du Battlestar Galactica nicht gesehen hast, okay, dann fällt dir das halt nicht auf, dann findest du das halt ganz toll, aber dann, liebe Leute da draußen, lasst euch gesagt sein, das ist halt nicht auf deren Mist gewachsen, das gab's halt schon und das ist halt ein Grundproblem dieses Ganzen, dieser ganzen Staffel, alles was gut ist, ist halt nicht neu und das ist mein Grundproblem und jetzt können wir gerne noch die einzelnen Sachen durchgehen, aber ich war wirklich, also, was zum Henker haben denn die Changelings mit den Borg zu tun und warum und dann dieser völlig überbordende, ultra komplizierte Plot um Picards Leiche und also, ich fand's schlicht. Ja, ich sehe, was du sagst und ja, es sind schon starke Parallelen zu Battlestar Galactica. Ist ja nun grad, jetzt auch fast schon 20 Jahre her, dass die gelaufen ist, da kann man sowas wieder auch ausgraben und es wird ja mittlerweile auch nichts Neues erfunden. Aber das kann doch nicht der Anspruch von Star Trek sein. nein, es wird ja nie was Neues gefunden, es werden nur alte Themen neu verpackt und auch alles, was Star Trek in irgendwelchen Episoden gemacht hat, sind ja mehr oder weniger auch irgendwelche philosophischen Theorien, die dann in der Geschichte neu verpackt worden sind. Was Platon mal aufgeschrieben hat, haben die jetzt neu gemacht, nur mit dem Spin von Star Trek drauf. Und für mich ist das völlig in Ordnung, wenn der Weg stimmt. Und dieser Weg hat leider für mich in dieser Staffel nicht ganz gestimmt. Also ich, wenn man die Burg, die richtigen Burg, das ist ja nochmal ein anderes Thema, die richtigen, die richtigen Burg zurückholen möchte, was hat man da für eine Wahl? Die haben, große Kämpfe mit der Föderation gehabt. Die haben, wir haben uns sehr, sehr viel in Voyager und damit beschäftigt. First Contact war ein ganzer Film über die, wie würde man das eskalieren lassen? Gut, die waren in der Vergangenheit und wollten dann in der Zukunft alles assimilieren. Wie würde man das eskalieren lassen? Das würde man genauso eskalieren lassen oder die einzige Möglichkeit, das zu eskalieren, hätte man so, wie sie es gerade gemacht haben. Dass einfach die Sternenflotte übernommen wird von den Borgnen komplett. Ist in Ordnung. Kann man machen. Ist die logische Konsequenz davon. Der Weg, wie es dahin gekommen ist, ist für mich wieder das Problem. Wir haben uns die ganze Staffel seit dem Changeling-Reveal mit den Changelings beschäftigt, mit den Wechselwäldern. Und die sind nun mal ein sehr präsenter oder wenn, die sind der Bösewicht, der Antagonist im DS9. Was dann wieder mein Problem ist, dass wir hier etliche Voyager-Cameos drin hatten. Yep. Und wenn man Worf zählen würde, Worf als DS9-Cast-Mitglied auch hier drin. Wir haben eine Bösewicht von DS9, aber wir schaffen es nicht mal, wie in Lower Decks eine Major Kira auftreten zu lassen. Exakt. Oder ein Miles O'Brien, der doch wunderbar gepasst hätte. Miles O'Brien hätte doch wunderbar gepasst. Ich meine, der Plot geht darum, dass sie im Transporter irgendeinen Code verstecken. Also wer wäre denn besser geeignet, da jetzt mitzuspielen als Miles O'Brien? Genau. Und wir haben jetzt diesen, wir beschäftigen uns Nemesis-Style mit einem Bösewicht, Verdick. Und die ist eigentlich die, natürlich muss hinter dem Bösewicht immer nochmal ein Bösewicht sein, aber das hätte man sich dann vielleicht für die nächste Staffel aufsparen können, wenn das angeht. Konzentriert euch doch mal auf einen Bösewicht und dann zum Ende hin, klar, da ist eine Verschwörung hinter. Aber was ich wieder sagen wollte, das Ganze hatte ich dir ja auch schon per WhatsApp geschrieben. Wenn du es machst und darauf hinaus laufen lassen willst, dass der OG Bösewicht, der Erzfeind von Picard zurückkommt, sein Trauma, alles was ihn in dieser Serie so dermaßen als Charakter auch geprägt hat, wenn er zurückkommt, wo wir uns ja so dermaßen schon damit beschäftigt haben, lass ihn von Anfang an zurückkommen, wie du es bei WhatsApp geschrieben hast, lass das Ding, was wir jetzt in der neunten Episode haben, die erste Episode. Die zweite Folge sein. Die zweite Folge sein, genau. Da taucht ein Schiff auf, es wird der Sohn von Jack Crusher gejagt, vielleicht ist das sogar auch die Auflösung der ersten Folge, dass Beverly zurückkommt, sie 20 Jahre den Sohn versteckt hat, weil sie rausgefunden hat, dass da Borg-DNA hinter ist und nicht wollte, dass an ihrem Sohn in der Föderation rum experimentiert wird. Und dadurch ist sie auf den Plot gekommen, dass die Borg was vorhatten und dann hat sie gemerkt, vielleicht in Kooperation mit Worf, dass sie sogar mit einem missglückten Experiment der Wechselbäger zusammenarbeiten, um die Föderation zu unterlaufen, ein Virus da reinzupacken und dementsprechend die ganze Sternenflotte einzunehmen. Dann hätte man doch einen organischen Plot, wo man auch das Verschwinden, 20 Jahre vor das Schwinden von Beverly besser erklären könnte, als ich wollte ihn von dir fernhalten. Ja, und weil PK sonst keinem trauen kann, wenn ich unbedingt die Wechselbäger reinbringe, dann trammelt er halt die alte Crew zusammen, weil er denen die besten Fragen stellen kann, um rauszufinden, dass sie es nicht sind. Irgendwie sowas. Ja, und wenn du so ein First Contact Day haben willst oder was das der Gründungstag der Föderation, dann lass es doch auch meinetwegen sein, das ist der Grund, warum sie alle zusammenkommen, weil die zu den Festigkeiten da reinkommen. Jordi hat aus Grund der als Fan die Idee wieder zusammengebaut, damit sie so ein bisschen Schaulaufen hat, so die Klassiker runterfahren und dann bricht die Hölle los und dann merken die, das ist das einzige Schiff, was dem noch Widerstand leisten kann und dann beschäftigt man sich den Rest der Staffel damit, wie man dieses Riesenproblem, was jetzt in einer Folge durch wahrscheinlich Jack Crusher gelöst wird, womit man sich die ganze Staffel beschäftigen kann, womit man das Trauma wieder aufarbeiten und komplett verarbeiten kann, was PK jetzt auch in seiner Familie gebracht hat, wo man sich dann viele Episoden in vielen Diskussionen und in Drama mit beschäftigen kann und das auch noch Sinn macht in dem Fall. Mach nicht schon wieder so eine verdammte Mystery Box, wie jede Live Action, okay, jede Live Action, PK und Discovery ist die ganze Zeit nur machen, jede Sache, weil es irgendwie so viele Staffeln mittlerweile von denen gibt, dass es sich anfühlt, als wäre es das einzige Star Trek so ungefähr, aber immer wieder diese fucking Mystery Box, die man in der neunten Folge oder achten Folge auflösen muss und dann dermaßen enttäuscht ist von dem, was dabei am Ende rauskommt. Lass den Plot sich organisch entwickeln und mach nicht so komische Dinge rein, wie wir holen jetzt die Original-Borg zurück, was ist denn mit Jurati, mit Borgati, wie sie genannt wird? Die ist doch irgendwo dann noch, die ist doch die perfekte Verteidigungsform, um Insights in die Borg zu generieren, die noch keiner hatte, weil sie ja mit der Queen zusammen, mit der Königin zusammengekommen ist und dann hätte man noch wieder welche aus Staffel zwei dabei und müsste Ruffy hat dann vielleicht auch in den letzten, äh kommt dann durch ihre alten Kontakte wieder mit Worf zusammen, die dann mit Beverly zusammenkommen und dann hat Ruffy auch ein bisschen mehr zu tun, als nur im Hintergrund zu stehen und ein bisschen rum zu kämpfen und so könnte man alles zusammenführen. Wir reden hier alles, die Staffeln wurden parallel gedreht, die haben wahrscheinlich sich einen tollen Plan überlegt, der dann am Ende so aufgegangen ist, im Nachhinein weiß man sowieso immer besser, aber sie haben es wieder mal hinbekommen, ein paar Folgen in dieser Staffel aufzubauen, ein spannendes Mysterium aufzurufen, die Mitte der Staffel vor sich hin plätschern zu lassen und auch nicht wirklich gute Episoden dazwischen zu haben und das Finale bisher zu vergeigen und so ist jede PK-Staffel bisher abgelaufen. Ja, könntest du bitte dich bewerben als Drehbuchschreiber oder zumindest für die Story-Outline? Du weißt doch, wie es im Projekt, wir haben doch immer wieder darüber geredet, im Projekt geschehen wird eine tolle Idee am Ende zerpflückt, sodass am Ende sowas dabei rauskommt. Dazu passt die WhatsApp, die uns der Sascha geschrieben hat. Hallo liebe Narzisten, vielen Dank für eure unterhaltsamen, teilweise informativen Podcast. Ich habe heute PK-Folge 9 gesehen und wollte euch dazu etwas schreiben. Die Bedrohung war leider nicht so überraschend und doch überraschend, weil ich ja noch das Finale von Staffel 2 im Kopf hatte. Genau. Habe ich da was verpasst? Nein, hast du nicht. Warum man den verwirrten Jack auch noch in die Arme der Borg treibt, verstehe ich überhaupt nicht. Ich auch nicht. Die Katze ist jetzt raus und die Welt kurz vor dem Untergang. Vergisst die Geschichtsschreibung beziehungsweise der Kanon aber anscheinend wieder, weil niemand mehr über den besten Versuch der Assimilierung der Erde weiß oder spricht. Ja, das kam ja auch so. Ich denke mir halt als Borg, okay, gut, dann probieren wir es halt nochmal in der Steinzeit. Dann machen wir es halt da. Also das wäre halt so die einfachste Variante. Gut, wir machen das mit der Zeitreise nochmal, aber wir gehen halt dann einfach in die Steinzeit, dann kann nichts passieren. Einen schönen Punkt war natürlich dann die Enterprise D und alle am alten Set der alten Brücke. Obwohl es schön gestaltet war, fand ich es etwas gewollt und nicht perfekt. Trotzdem bin ich dankbar für diesen Moment. Außerdem hätte man anders auf diesen Moment hinarbeiten können, genauso wie du gerade eben gesagt hast. Wie jetzt die alte Mühle noch den Tag retten soll, wird auch spannend. Ich freue mich auf weitere Podcast-Meinungen dazu, liebe Grüße Sascha. Ja, also das ist vollkommen richtig. Also es fällt halt einfach organisch nicht in den Plot und das, was mich jetzt interessieren würde, wie bekämpfen sie es jetzt, das wird jetzt in, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir eine längere Folge, sagen wir mal 70 Minuten abgehandelt, maximal, auf gar keinen Fall länger. Und ich komme halt einfach mit vielen Dingen nicht überein. Die sind auch alle maximals dumm. Also wirklich, alle sind einfach dumm. Das fängt schon in Folge 7 an, wo man die Shriek, die auf Deutsch wirklich mit Würger übersetzt ist. Okay. Das ist die richtige Übersetzung für den Vogel Shrike. Shriek, das ist auf Deutsch auch ein Würger, aber okay. Die Enterprise heißt ja auch nicht USS Unternehmen. Ja, also okay. Oder die Challenger herausfordernd. Ich finde, Schiffsnamen muss man nicht übersetzen. Aber okay, sie haben es gemacht. Es ist doch nichts einfacher. Also wenn sie wissen, dass in 36 Stunden am Frontier Day irgendwas passiert und dass man dafür Jack braucht, warum verpisse ich mich dann nicht einfach? Irgendwohin. Und tauche nicht wieder auf. Gut, sie wollten dann noch die rauskriegen, was die eigentlich vorhaben. Ja, okay. Was ich auch, was mir überhaupt nicht einleuchtet. 0,0. Warum man nicht mal andere Spezies um Hilfe bittet. Das wird nicht mal diskutiert. Mal vielleicht nach Bajor oder Cardassia oder halt Klingon. Andere Völker, die sich da mit den Changelings halt auch auskennen und durchaus so ein bisschen Beef haben und denen man nicht erst erklären muss, was Sache ist, sondern die ganz sicher sofort wüssten, wenn du ankommst und sagst, verdammt, die Föderation scheint von Wechselbälgern unterwandern zu sein, wir brauchen eure Hilfe, nicht erst sagen, ach, ihr spinnt doch, sondern wahrscheinlich sogar sagen, die Cardassianer zurückzubringen. Ja, genau. Das wird aber nicht mal diskutiert und stattdessen lockt man dann die Würger noch an und lässt die sogar noch auf das Schiff beamen und nimmt dann noch Jack als Lockvogel. Also es ist, dann ist dann später, wenn man dann zu dieser Data-Lore-Geschichte kommt, auch Geordi ist auch maximals dumm, er weiß, dass Lore da drin ist und er hängt die trotzdem ans Schiff, an die Systeme dran. Also es gibt ja Punkte, auch hier wieder in dieser Episode, die gut anfangen. Die ganze Konversation mit Fake Tuvok war ja toll. Ja. Richtig. Ja. Auch hier, ich frag mich übrigens, eigentlich müssten sie doch Janeway einfach zurückbringen. Ich mein, die ist doch bei Prodigy, hat, äh, Katrin Mulgrew oder Kate Mulgrew, wie die heißt, hat doch da synchronisiert. Dann könnte man sie doch wenigstens für ein Mini-Kameo hier zurückbringen, was das angeht. Es wurde so viel über sie gesprochen. Aber diese, diese, diese Unterhaltung war doch toll. Die war doch schwarzig und als, ähm, Cold Open total gut. Und ab da verfällt die ganze Folge genau übrigens in den gleichen Trott, wie als sie die Shrike zum ersten Mal bekämpfen mussten. Also, letztendlich wiederholt sich doch die ganze Szenerie nochmal. Ja, jetzt sind sie diesmal auf dem Schiff drauf und werden nicht mehr direkt von dem Schiff gejagt. Aber, das ist doch, das hätte man noch beim ersten Mal auch alles abfeiern können, wenn Vedic sowieso drauf geht. Aber hier treten sie Wasser und sind eigentlich in dem gleichen Rhythmus gefangen, wie es ist. Sie halten sich zwei Folgen damit auf. Die Mystery Box von Jack Crusher wieder weiter nach hinten zu schieben. Die haben doch gesagt, in der einen Episode sprechen wir es an. Und dann in der zweiten Episode haben sie es, das war doch der Cliffhanger. Ich weiß, wer du bist. Dann wird es in der Folge nicht aufgelöst. Es gibt noch einen Cliffhanger, ich weiß, wer du bist. Und dann wird es in ein paar Minuten aufgelöst. Schlimmer als bei DSDS fehlt nur noch die Werbepause. Ja, auch der ganze Plot um, und deshalb passiert hier auch schon wieder in dieser Staffel, es sind zu viele Plot Points in dieser Staffel, aber den Plot Points wird nicht genug Zeit gegeben, weil man an manchen Stellen auf der Stelle tritt. Ich glaube diesen ganzen Plot von Data nicht. Ich finde die Idee auch wieder gut. Haben wir am Ende eine Version von Lore, Data und Before zusammen. Das wäre doch geil. Am Ende haben wir Data. Aber hier ist es, man gibt dem Ganzen noch gar nicht Zeit. Da ist plötzlich diese Kopie von Data da, die gealtert ist, wo man auch eine gute Erklärung für hat. Ist ja auch schön. Und dann wird das als B- oder C-Plot im Hintergrund abgefeiert und man gibt Brent Spriner kaum Bildschirmzeit. Seine Entwicklung oder erst mal wieder mit Data zusammenzukommen, was das angeht. Da hat man noch gar keine Zeit für. Die lassen einem noch gar keine Zeit. Es ist wie zack, zack, zack. Die Plotpoints werden durchgearbeitet und das war's. Und dann am Ende, ich meine auch clever, wie Data es gelöst hat, dass er eben seine ganzen Erinnerungen gibt, sich damit aufgibt und dann quasi das passiert, was Dr. Sung vorher haben wollte, dass die drei Persönlichkeiten zusammenkommen. Aber am Ende haben wir doch wieder nur einen Data, der sagt, ja, ich fühle mich ein bisschen anders. Ich fühle mich ein wenig anders, aber ich bin Data. Ja. Die Grundfrage ist ja auch, ob Blablabla Sung, wie auch immer er heißt, ja, ich weiß schon gar nicht, ob Brent Spiner, halt, ist das wirklich eine clevere Idee, Lore überhaupt noch irgendwo reinzupacken? Also, naja. Es wäre, es wäre ja spannend. Und vielleicht hätte man es ja auch noch über zehn Technobubble-Nebensätze lösen können, sehen, dass er am Ende doch in das Schiff kommt, obwohl er vielleicht vorher in einer Firewall drin war oder in einer Sandbox, was das angeht. Aber dann ist einer der Wechselbälger auf dem Schiff und verbindet zwei Kabel miteinander und dadurch kommt Lore ins System rein. Ja, aber wenn ich den perfekten Menschen kreieren will, oder dann packe ich doch nicht absichtlich Marilyn Manson da noch mit rein. Nee, nicht Marilyn Charles Manson meine ich. Ja, aber sagen wir mal so, Lore, der ist ja im Laufe seiner Auftritte immer extremer geworden. Er war ja eigentlich nicht so dermaßen krass unterschiedlich zu dem, was eigentlich hätte auch Data sein können. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man so die Extrema zusammenführen will, weil Sung hatte sich ja auch bei Lore was, äh, der sollte ja auch ein guter Android werden und das ist klar, vielleicht verbindet man einfach den Big Mac mit einem Big King und dann hat am Ende den besseren Burger, der da rauskommt. Kann ich ja auch alles verstehen. Ich sag wieder, die ganzen Plotpoints und die Ideen, die hier hinter sind, finde ich ja im Prinzip gut. Aber ich hab das Gefühl, es kriegt keiner mehr hin, den Weg dahin ordentlich zu schreiben. Bleiben wir noch ein bisschen auf der Titan und bleiben wir bei Wettig und handeln die ab, weil die ist jetzt am schnellsten ja raus aus der Geschichte. So sehe ich Talent, steht sie halt am Ende dann einfach nur auf der Brücke und wants to kill every motherfucking last one of you und das ist halt schon extremst cartoonisch, aber gut, okay, weißt du, die raucht, obwohl sie gar keine Organe haben, ich hab halt mein Grund, mein Grundproblem, das hab ich schon mehrfach in diesem Podcast geäußert, ist halt das mit dieser Dark Federation und die Idee Changelings verbessern zu wollen, ist halt einfach eine dumme Idee, es ist halt einfach eine maximal dumme Idee und ich hab halt einfach mein Problem mit dieser Evil und Shady Föderation, weil für mich einfach zum Star Trek irgendwie dazugehört, aber das ist halt einfach meine Meinung, da kann man gerne anderer sein, aber ja, ich weiß, es gibt The Pale Moonlight und aber für mich gehört es halt einfach dazu, dass die Föderation moralisch mehr oder weniger über allem steht, sodass man halt eben als Gleichnis woanders hinkommen kann, die Grundprämisse von Star Trek für mich und zumindest ist versuchen so und hier wird dann sieht man jetzt die Backstory von Wadek oder Wadek oder wie auch immer sie heißt okay war dann ja, wenn man das halt kauft, sogar nachvollziehbar irgendwo ich meine okay ihre Musik war der Sound of Boots und Concrete nirgendwo so kein Mensch baut Raumstationen im All aus Zement aber sei es drum ja alles gut ja machen wir nicht ich 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 finde halt diesen ganzen Plot wo dann auch Beverly und Picard sie dann gefangen halten oder gefangen nehmen können bevor sie dann auf die Brücke entkommt das das war für mich einfach sowas von die Wechselberger sind einfach für Picard nicht die Erznemesis so wie du es vorhin gesagt hast und ich finde es ja schön wenn man Picard in einen moralischen Konflikt bringt was soll er tun aber hier entscheiden er und Beverly sich ja nach einer ganz kurzen Diskussion sie eiskalt zu exekutieren weil dass das Kraftfeld runterging durch Lore das wissen sie ja nicht sondern sie entscheiden sich bewusst dafür sie zu exekutieren und da frage ich mich halt so das ist nicht der Picard den ich kenne und das ist kein früher war alles besser sondern das ist einfach völlig out of character es war absolut ohne not sie hatten sie gefangen genommen sie hätten sie in stase oder was auch immer packen können aber nein sie entscheiden sich dafür sie hinzurichten was by the way ja gar nicht geklappt hätte weil sie schießen ja ein paar mal auf sie und sie überlebt es ja also es war auch noch eine dumme idee und und das ist für mich so unpickadesk wie es nur irgendwie sein kann das da frage ich mich wo ist mein humanistischer pikar geblieben wo ist der pikar im ready room der dem admiral die meinung geigt wegen drei amöben auf dem linken planeten hinten rechts die man nicht umbringen will naja den haben wir ja in den letzten staffeln schon verloren da sind die 20 jahre die dazwischen waren haben ihn einfach geprägt was das angeht ist ja okay aber es gab keinen weg dahin er ist jetzt einfach so ja das ist die sache wir haben ja nicht die entwicklung dazwischen und die wollten einen anderen pikar und deshalb haben die einen anderen pikar geschaffen Patrick Stewart wollte einen anderen pikar und man sollte halt einfach genau aber ja alles haken drunter passt für mich was du sagst und deshalb tut es so weh weil wir so viel potenzial dahinter ich meine Vedic ist ein toller bösewicht was das angeht wie du sagst nicht der richtige bösewicht für pikar der hätte sich vielleicht worf stellen können Vedic hätte sich worf stellen können dann hätte DS9 wieder drin gehabt oder Seven hätte komplett gegen sie kämpfen können das wäre ja auch noch gewesen ja und dann wird sie am Ende einfach aus der Luftluke rausgeschmissen und zerplatzt wieder was das angeht ist auch nicht wirklich hatten wir das eigentlich ist das etabliert bei DS9 dass die Wechselbelger nicht im Vakuum überleben können boah da fragst du mich was ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen dunkel in meinem Hinterkopfzimmer meine ich das bestimmt mal irgendwie einen gab der auch mal aus der Luftschleuse aber jemand aus der Luftschleuse werfen ist in Star Trek nicht so das Ding das ist andere Sci-Fi Serien die das gerne machen die Expanse zum Beispiel aber da wird es wenigstens richtig dargestellt ja gut haben wir ja auch Feuerwerk im Weltraum ja mit Geräuschen ich hatte ja kurzzeitig gedacht dass sie wieder flüssig wird so wie T1000 dass sie dann nochmal irgendwie kommt so dass das Raumschiff weil die Shriek hat ja auch Triebwerke also mit Abgasen so wie das zumindest aussah und die fliegt dann ihr vorbei und der heiße Abgasstrahl taut sie dann wieder auf und dann morft sie dann so zusammen aber gut das ist ja hier an der Stelle nicht passiert ja übrigens zum T1000 solche Technologie Technologie wurde jetzt erschaffen hast du dieses Video von dem Schleim gesehen der sich durch auch Gitterstäbe durchgeformt hat es war eine Lego Figur die hat ihre Form in Flüssigkeit verändert ist durch Gitterstäbe durch und ist am Ende wieder zu Lego Figur geworden mit Magneten und irgendwem anderen möglichen Sachen haben die es geschafft so Sonnenroboter zu bauen was ich dachte ja krass nochmal ein Chat GPT anschließen und dann haben wir unseren T1000 was das angeht es gibt jetzt übrigens auch transparentes Aluminium aber das gibt es ja schon länger und transparentes Holz ja kann man ja alles transparentes Holz heutzutage machen ja genau gut aber was haben wir noch in den zwei Episoden ja Vedic geht drauf und gut finde ich persönlich es ist für mich eine Verschwendung gewesen dass die so drauf gegangen ist die hätte dann doch vielleicht im Finale drauf gehen können aber ne man brauchte die Borg am Ende was das angeht wir haben wir haben im Saadi wieder ja das hatte ich ja vorhin schon gesagt wann hattest du bei der Folge in Staffel 1 ich glaube Nefenti hieß die Folge wann hattest du jemals das Gefühl dass sie keinen Bock hat auf diesem idyllischen Planeten zu wohnen na gut wir haben sie zwei Minuten kennengelernt was das angeht wenn du Leute zu Gast hast das ist ja auch die beste Seite von dir was das angeht du bist nicht mal eben einen den du 20 Jahre gesehen hast sagst du ist alles scheiße ne ok aber dass ich jetzt Latte Macchiato am Times Square sippen will ok was ich aber sie war halt 10 Jahre oder länger in Ten Forward ne ja was ich aber viel komischer an der ganzen Sache fand ist dass Riker ja dann so Fake Code rausgibt weil er will dass Troy nicht länger gefoltert wird und dann sperren sie die beiden zusammen in eine Zelle warum auch immer böse Wichte das machen aber ok und Troy hat halt überhaupt keine Folterspuren im Gegenteil die sogar noch relativ gut gelaunt also so hä ich denke die haben die gefoltert also entweder haben die diese Geist aber du siehst halt gar nichts ja und und dann so diese Zeile so der der Wechselbalk der war gut im Bett aber schlecht bei Pizza und daran habe ich ihn erkannt da weiß ich ehrlich gesagt nicht war das jetzt ein Gag oder war wirklich einer da ich hab's nicht gerafft soll das ein Gag gewesen sein das war ein Gag ne ich hab's nicht gecheckt ob das jetzt ein Witz gewesen sein soll oder ob sie das ernst gemeint hat dass da einer da war und dann frage ich mich wenn wirklich einer da war hat sie dann die Gedanken nicht lesen können aber ok gut ähm und was ich und was ich aber halt auch dann wieder so eine komische Sache fand seit wann kann Troy denn Schmerzen nehmen also seit wann kann sie das und vor allem Troy ist übrigens auch der un also ich bezweifle einfach dass ein professionell ausgebildeter Therapeut wenn er die Möglichkeit hätte jemand Schmerzen zu nehmen was by the way ein großer Plotpoint in Hogwarts Legacy ist Magie um Schmerzen zu nehmen ähm dass das dass man das tun würde ich glaube selbst wenn man das könnte würde man es ich weiß nicht ob man es tun würde sicherlich gibt es Menschen die daran zerbrechen ok aber das das macht ja das Menschsein aus was glaube ich auch sogar mal Kirk irgendwann gesagt hat was ich an der Stelle aber sehr lustig fand ist dass sie halt sagt als sie die Therapiesitzung mit Jack hat alles ist ein Symbol und alles hat Bedeutung irgendwie sowas oder alles sind Symbole als er so erzählt was er da in seiner Vision sieht sie sagt wortwörtlich alles die Symbole und das erste was mir halt in den Kopf kommt ist hat sie nicht in der einen Sigmund Freud Folge gesagt zu Data manchmal ist eine Zigarre einfach nur eine Zigarre aber ey okay was weiß ich schon verstehst und das da frage ich mich dann immer so warum schreibe ich so einen Satz rein der bringt ja die Handlung überhaupt nicht weiter also null dieser Satz ist völlig belanglos du kannst ihn weglassen du kannst ihn etwas umformulieren aber du schreibst ihn halt eben so okay und wenn wenn du ihn so schreibst und nochmal ich werde nicht dafür bezahlt und ich habe Star Trek ein oder zweimal komplett gesehen und was halt so auf Sat 1 lief und das ist nicht mein Job das zu wissen und dann wird mir erzählt Mr. Metallus wäre so das Oberbrain und dann lässt er so einen Satz durchgehen wo das so ein zentraler Satz der Running Gag Satz in dieser Folge ist sometimes cigar ja ist just cigar data und das verstehe ich halt einfach nicht das sind so kleine Sachen ja das ist jetzt nitpicky und tausend denken sich was regt er sich da wieder drüber auf aber es zeigt mir einfach dass man sich damit nicht beschäftigt und dann sind wir wieder bei dem was ich eingangs sagte das ist für mich nicht der Anspruch den ich an Star Trek habe und ich das akzeptieren und das weg negieren ich denke mir so nee geht doch auf die barrikaden verlangt doch ein besseres produkt warum gebt ihr euch damit zufrieden verlangt doch ein besseres produkt und das sind am endel produkte weil Geld damit verdient dass es doch bessere produkte gibt zeigt doch zum Beispiel Lower Decks zeigt Strange New Worlds und angeblich auch Prodigy dem ich definitiv jetzt endlich mal widmen werde wenn dieser Unsinn hier rum ist verlangt doch ein besseres Produkt Fans habt doch ein bisschen mehr Anspruch an euer Lieblings Franchise bei Star Wars ist es exakt genau das gleiche habt doch mal ein bisschen mehr Anspruch da dran lasst doch nicht einfach irgendwelche Bordentscheidung Scheiße da durchgehen die euch nur das Geld aus den Taschen zieht ich verstehe es nicht ja ich glaube sechs Jahre sind wir in diesem neuen Franchise dem New Track drin und Fans mussten an einigen Stellen offensichtlich leiden vor allem so in diesen Flagship Serien wie Discovery wo man doch einiges durchstehen musste und da hat Picard nachdem man uns eine ja durchwachsene erste Staffel und recht miese zweite Staffel gegeben hat kann ich mir vorstellen dass viele froh waren dass es endlich eine Next Generation Reunion gibt dass sie endlich mal wieder ein paar Sachen zurückbringen und mehr auf die berüchtigten Member Berries setzen als auf versuchen was Neues zu schaffen und dementsprechend manipuliert Picard einen ja durchaus mit diesen Nostalgie Gefühlen mit diesen Emotionen die da aufkommen ich kann das absolut verstehen wenn ich drüber nachgedacht habe über die Episode jetzt die sechste und siebte siebte und achte fand ich relativ mies weil da sich fast nichts getan hat und ich wollte endlich mal dass was was passiert aber die neunte kann ich durchaus verstehen warum viele sagen boah geil endlich weil einfach so viel von alten Dingen man wieder präsentiert bekommt und so viele Kamios Anspielungen und ähnliches darin vorkommen dass man irgendwie dann doch befriedigt ist und erst am Ende so einen kleinen miesen nackgeschmack hat wenigstens haben sie uns das gegeben wenigstens haben sie uns das gegeben wenigstens sind sie jetzt wieder auf der D unterwegs wenigstens sind sie jetzt wieder die alten zusammen und die neuen werden in den als bösewichte abgestraft sodass unsere alte Crew den Tag retten muss das wäre meine Argumentation dahin warum im Internet viele Reaktionen sehr sehr positiv auf diese Folge zu sehen waren ja vielleicht ist das so ich meine wir haben ja dann acht Folgen gebraucht bis die ganze Mischpoche endlich mal zusammen im Ready Room sitzt acht Folgen ja muss ich auch dafür arbeiten zwei Staffeln acht Folgen war hart zwei Staffeln acht Folgen und Sean und Seven dürfen immer noch nicht dabei sitzen das fand ich auch ein bisschen tragisch dass sie jetzt Seven zurückgelassen haben und Sean das ja ich meine der war das der Showrunner der hat gesagt es gibt potenzielle Möglichkeiten die sie auch alle ganz toll finden um Sean zurückzubringen in dieser Legacy Serie aber genau das wollten sie noch nicht nennen ich meine ganz ehrlich ich brauche ihn auch nicht mehr der ist für mich eh gestorben im wahrsten Sinn des Wortes also nicht nur dass er dann jetzt tot ist sondern was für ein scheiß Captain ist das bitteschön die Vedek ist auf der Brücke hat die Brückencrew gefangen genommen und droht damit einen hinzurichten richtet sogar jemand hin und er macht nichts gar nichts er macht den Stromberg ja ne der hat angefangen also ey was ist das für ein Captain bitteschön das stimmt da habe ich gar nicht drüber nachgedacht ah ja hat es vollkommen recht er macht er macht nichts also das ist natürlich so geschrieben damit Seven glänzen kann das ist mir schon klar aber dann schreibt ihn halt von der Brücke also dann schreibt ihn wo anders hin weil das ist kein Starfleet Captain für mich das ist also der hätte ja nee ach ja und dann haben wir ja dann übernehmen sie ja dann wieder das Schiff und da muss ich dann ganz ehrlich sagen ja da brauche ich auch ich meine ganz ehrlich Ruffy und Seven haben in der zweiten Folge Borg mit dem Korkenzieher platt gemacht also liebe Fan liebe Hörer da draußen das ist kein Witz das haben sie wortwörtlich so getan wir haben ein Messer so ein Küchenmesser und ein Korkenzieher und dann sind sie raus und haben dieses von Borg Drohnen über von Borg übernommen eine assimilierte SWAT-Kommando platt gemacht das haben sie getan zehn Stück oder so ja hier kann Ruffy sich gerade mal gegen drei Changelings behaupten die auch nicht ein einziges Mal ihre Form wandeln und dann war halt mein Gedanke wenn ihr kein Geld habt für den Effekt dann sucht euch halt einen anderen Bösewicht ich glaube das Formwandeln es ist immer doof wenn man es erklären muss wenn es passiert seit wann können Formwandler überhaupt erstochen werden ja also die sind ja die haben ja das Problem dass sie nicht mehr so auf die Form wechseln können das wurde ja erklärt vorher dass sie einfach wurde gesagt dass sie nicht ja die haben es sie leiden darunter dass sie perfekt Leute kopieren könnten können aber dafür leiden die Fähigkeiten und sie sind nicht mehr ganz so langlebig was das angeht also die haben okay gut der Satz ging mir unter okay gut also sie haben es umschrieben umschrieben in der Art und Weise ich glaube das ist dafür dass dementsprechend konnten die da auch nicht mehr viel viel machen was das angeht ich finde es viel viel dramatischer dass sie wirklich mit diesem Nicht-Plan darauf eingegangen sind das Schiff haben sich übernehmen lassen so leicht wie es irgend möglich nur geht und dass da dann so eine komische Horror-Show draus geworden ist wo wir unbedingt immer die Schreie der Crew überall mitbekommen mussten die wir auch nur hören und nicht sehen ja und auch da gibt es wieder so viele Szenen wo die Crew so relativ entspannt durch die Gegend läuft ne ja okay gut gut wir sind da auf jeden Fall durch mit denen ich meine jetzt haben wir doch schon sehr viel nochmal über die beiden Folgen geredet ja ich weiß ich weiß ich weiß und dann kommen wir jetzt zum Jack in the Box Big Reveal ja ich habe ja gedacht hinter Tor 3 ist ja auf jeden Fall der Zonk ja ich in gewisser Weise war es dann auch schon weil als ich halt dann die Borg gesehen habe ich wäre so ah come on echt jetzt ich meine es war ja klar dass es darauf irgendwie hinausläuft aber ich hatte dann kurzzeitig wirklich nochmal die Hoffnung dass es halt nicht die Borg sind die sind einfach jetzt schon ich weiß nicht wie oft wir schon gesagt haben dass die einfach durchgenudelt sind und nochmal was ich überhaupt nicht gematcht kriege ist warum die Gründer mit den Borg gemeinsame Sache machen machen die ja nicht die Gründer das sind ja nicht die Gründer das ist ja das Wesentliche daran die Wechselbelger die da sind die wurden während der Dominienkriege festgehalten soweit ich es gelesen habe waren es insgesamt 10 und an diesen 10 wurde es rumexperimentiert die haben nur durch Hörensagen von dem Ganzen mitbekommen und wissen sonst nichts die waren noch nicht wieder im Great Link zurück was das angeht die sind halt okay missgebildet missgebildete Experimente die gefoltert wurden bis zum geht nicht mehr aber aus der ganzen anderen Sache rausgehalten worden sind dementsprechend kann ich verstehen warum Werdek und Co einen extremen Hass auf die Menschheit entwickelt haben und auch es nicht einsehen dass der die anderen die Gründer auf diesen Frieden sich eingelassen haben und dementsprechend zu einer terroristischen Gruppe geworden sind also das kann ich nachvollziehen dann ist es dann wäre das aber und dann sind wir wieder bei dem das ist dann der klassische Filmbösewicht ja das ist halt der trägt einen Film diese Motivation trägt einen Film deshalb sage ich das ja deshalb sage ich das ja wir hätten die Wechselwäger lass die bis zum großen Finale das sein und dann am Ende wenn man nicht in den ersten beiden Episoden wie du es vorgeschlagen hast den die großen Borg Reveal hat lass den als Cliffinger am Ende sein und sagen hey wir wussten dass Staffel 3 so toll ist deshalb machen wir nochmal eine vierte hinterher ja 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 ich fürchte es ja gut also dann sehen wir halt diesen Borg Kubus ich meine wenigstens ich meine der 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 Shaw hat ja in der vierten Folge der dritten Staffel gesagt es gibt ja jetzt da zwei Borg Stämme und den Quatsch mit der Stargazer den vergessen wir halt da frage ich mich halt auch wie sich wohl jemand anfühlt der im Writers Room zur zweiten Staffel gesessen hat wenn dir halt die dritte Staffel einfach den Stinkefinger zeigt du ich musste mir wirklich nochmal durchlesen was jetzt das komplette Ende der zweiten Staffel war mir war nämlich nicht mehr bewusst gewesen dass am Ende ja dieser neue Transform Tunnel da war und dass die Jurati Borg schon hunderte Jahre in der Vergangenheit gelebt haben sich aber aus dem großen Geschehen rausgehalten haben die dann gerettet haben und dann den Transform Tunnel erforschen und beschützen damit das große Mysterium was sich dahinter verbirgt nichts böses machen kann aber das muss doch noch da sein außer die ist jetzt gerade in den tiefen des Transform Netzwerks verschwunden ja ich meine wir werden ja noch ein Out of the Box Saves the Day Cameo haben die Enterprise fliegt da jetzt hin wie gesagt warum fliegt man nicht zu anderen Völkern und holt sich Hilfe oder funkt die wenigstens man egal die Enterprise fliegt dann dahin ist natürlich komplett unterlegen wird zu Klump geschossen in dem Moment wo es alles verloren scheint kommt irgendein Deus Ex-Drehbuch entweder sind es die Wurmlochwesen rund um Cisco aber ich glaube nicht dass Avery Brooks nochmal mitmacht weil der ist ja ein bisschen weird geworden der war auch damals schon weird der war auch damals schon weird vielleicht aber kommt ja irgendwie Kira oder irgendwie sowas oder Miles die sind ja alle alt die sind ja alle nicht verfahren worden also es wird ja oder halt Wesley und wo ist der eigentlich der wird von seiner Mutter halt auch nicht erwähnt ich meine wo ist der Q die haben ja gesagt ich meine ja ja ich weiß ja Medic hat ja damit gedroht ja du verlierst jetzt noch ein Sohn so ungefähr aber könnten wir trotzdem diesen Plot mal noch ein bisschen weiter ich du musst ihn mir erklären weil also die brauchten jetzt Picards Leiche also als Picard Locutus war haben sie ihn DNA technisch irgendwie verändert okay ja wird auch in TNG gesagt Haken dran so ich habe mich halt in First Contact nie gefragt warum er die Borg noch hören kann hättest du mich mal drauf festgenagelt und ich hätte es dir erklären müssen hätte ich halt gesagt naja der hört die jetzt nicht wirklich sondern der hat halt Flashbacks der weißt du ja und dann bildet er sich halt ein er kann sie halt irgendwie hören oder so ich habe mir das ehrlich gesagt nie genau erklärt warum ich brauchte dafür in First Contact auch keine Erklärung war echt war wirklich nichts was was war für mich ein Stilmittel um zu 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 signalisieren was er da noch für eine Verbindung hat und dass sie das halt eben noch bewegt und von mir aus kann er halt noch was hören da hätten sie es erklärt mit er hat halt noch irgendwas okay das heißt also dass das aus diesem komischen iromodischen Syndrom was halt so ein Nebensatz in der letzten Folge der Serie war so ein riesen Fass gemacht wird finde ich halt auch irgendwie albern aber okay das war also eine Fehldiagnose weil er genetisch verändert war okay auch hier wieder die Frage warum brauchen die jetzt die Leiche dann verändere halt irgendeine andere Drohne so also warum seine Leiche es macht halt keinen Sinn und warum ausgerechnet Jack weil dann Picard Drohnensperma hat Nanitensperma ja das macht halt alles es ist so völlig überkompliziert also der Grundplot dass man die Föderation so unterwandert aber wie haben die sich überhaupt getroffen wie haben die sich kennengelernt das wird auch nicht gesagt woher kennen sich die die abtrünnigen Wechselberger und die Queen überhaupt die Borg Queen woher kennen die sich eigentlich keine Ahnung und ja es ist so überkompliziert und und dann war also das iromodische Syndrom war halt dann nur eine Fehldiagnose okay war man halt damals vielleicht noch nicht so aber dann hätten doch you und seven doch auch diese Symptome haben müssen und wenn das iromodische Syndrom doch gar nicht da war wieso ist er dann daran gestorben und macht alles keinen Sinn ja das stimmt vor allem der Punkt sie haben Picard verändert um ihn zum Empfänger von einer ferngesteuerten Assimilation zu machen hätten sie ihn doch auch zwischendurch mal assimilieren können so ungefähr ja ja und ja und wenn sie das schon bei Picard reingemacht haben okay Locutos vielleicht besonders und vielleicht haben sie dementsprechend besondere Experimente mit ihm angestellt die Königin hatte ja auch eine Präferenz für Locutos was das angeht also von daher kann ich vielleicht noch nachverstehen warum man es mit ihm gemacht hat und mit keinem anderen aber man kann es doch weiterhin mit irgendwem anders machen ich kann es mir ein bisschen damit erklären dass auch hier es wird wieder drum erklärt man muss sich seinen eigenen Ding dazu denken was ja jetzt auch wieder Schwachsinn ist ich könnte es mir damit erklären dass die Borg der dementsprechend nach Voyager dezimiert waren dass sie einfach nicht mehr die technischen Mittel vielleicht dazu hatten das durchzuführen und dementsprechend auf Picards Körper zurückgreifen mussten um diesen ja Plan auszuführen was das angeht es wird nicht erklärt und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erklärt aber ich könnte mir dies um drei Ecken zusammenreiben es ist nicht gut wenn es nicht erklärt wird weil dann fragt man sich dann stellt man sich die ganze Zeit solche Fragen und man würde sich die Fragen nicht stellen wenn es sinnig wäre wir haben ja jede Menge Filme und Serien wo wir wahrscheinlich Plotholes bis zum geht nicht mehr haben aber die wir so akzeptieren weil es funktioniert aber hier sprechen wir ja jetzt schon wieder so lange darüber weil es im gesamten Zusammenhang für uns einfach nicht funktioniert man kann solche Sachen überspringen und dann hat man halt so ein Fast and Furious Franchise im Star Trek Universum aber es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes und auch diese diese Botschaft diese Lehre die aus der Staffel gezogen wird zumindest in der Folge 9 wo sie dann ja implizieren dass nur die Alten retten können dass das Neue und das Neue gar nicht so gut ist und dann sagen wollen ja alles was wir bisher gemacht haben war scheiße wir wollen uns lieber auf unser altes Star Trek konzentrieren und machen trotzdem die gleichen Fehler die auch Star Trek in den letzten 5 Jahren in Discovery und Co gemacht hat also die sind die widersprechen sich in nicht nur im Plot sondern auch im Meta-Plot und auf der Meta-Ebene völlig was das angeht und dabei kommen sie sich halt so unglaublich schlau vor ich habe gerade nochmal geguckt dann sagen sie halt eben ja der Jack ist dann warum die Borgwain immer lateinischen Namen gibt okay ist egal ist halt ihre Marotte aber im Lateinischen gibt es halt nicht diese Wellenlinie über dem O und ich habe es gerade mal eben gegoogelt es gibt nur 28.000 Einträge bei Google für diese Schreibweise und die haben alle mit dieser Folge zu tun das heißt das haben die sich ausgedacht und das ist halt so was in vier Seiten bei Google und da kommen sie sich halt so unglaublich schlau vor ja ach da sitzen da machen wir noch so einen Akzent oder wie auch immer man das denkt nennt da drüber und dann haben wir Anspruch ja es ist oh ich denke mir so ne ne das ist halt das Wort hat Ruffy ein einziges Mal in dieser Staffel JL gesagt ah ich glaube nicht aber die haben sich auch nicht getroffen die haben sich auch nicht wirklich getroffen ja dieser Frontier day ich komme halt auch noch immer nicht drüber weg dass halt die ganze Flotte auch das ist weißt du auch das ist wieder so ein Satz den musst du doch nicht reinbringen sag doch einfach ein Großteil ein Großteil der Flotte okay aber doch die wollen mir also ernsthaft glauben machen dass die Föderation von allen Grenzen ihre Schiffe abgezogen hat damit die um eine Raumstation rumfliegen und das wollen die mir ernsthaft glauben machen und dann sind es am Ende nur 100 Schiffe wer sind es ja nicht es sieht weniger wie die Copy-Paste Flotte aus Staffel 1 aus genau richtig also können das ja nicht alle also sagt es doch einfach nicht und jetzt wird da so ein riesen Big Deal aus dieser Vernetzung gemacht was wie gesagt einfach dreist von Battlestar Galactica geklaut ist und vor allem halt dass dann das alte Schiff das nicht vernetzt ist den Tag retten muss sie und von Lower Decks was gab es denn bei Lower Decks die haben doch auch die intelligenten Schiffe in dem Finale der letzten Staffel gehabt die alle zusammenarbeiten ach ja stimmt genau ja genau und dann wird sogar halt wortwörtlich gesagt dass die Enterprise halt analog ist die Enterprise D und ich höre mir so nee ist sie nicht ja vielleicht solltet ihr einfach mal die Definition von analog nochmal kurz euch vor Augen führen die Enterprise ist nicht analog sie ist natürlich ist sie digital sie ist halt nur nicht mit den anderen Schiffen vernetzt ja that's it das hat mit anderen die der Battlestar Galactica die war analog die hat richtig mechanische Telefone gehabt die hat Radar gehabt das einzige was halt da digital war dieser Überlicht Antrieb okay aber ansonsten hatten die uralt Computer und Radar und so weiter das war ja der Gag an der ganzen Geschichte weil der Adama sich ja sogar noch dagegen gewehrt hat dass die ganze Flotte vernetzt wird eben weil er genau das befürchtet hat und ja ich glaube die hatten da sogar noch so irgendwelche neuronalen netze oder irgendwie so kram weiß gar nicht mehr es war irgendwie so ganz ganz große high tech und ja und schön dass sie dann auch Commander Shelby befördert haben zum Admiral das ist halt auch so ein trope beim bei bei PK du holst halt einen Charakter zurück um ihn halt gleich wieder zu killen und Denise Crosby sitzt halt auf der Couch und ärgert sich schwarz weil sie wird nur als hologramm wieder geholt nicht mal Commander Sela hat man sie sein lassen obwohl vielleicht kommt sie ja noch gut am Ende hat man das Budget gebraucht um die nahe D nachzubauen ich hab da so ein paar interessante Produktionsnotizen die haben nämlich weil es hat natürlich nichts von einem alten set es hat irgendwie überlebt aber man hatte natürlich jede Menge Referenzfotos und alles mögliche andere was das angeht die haben mit einigen Beratern und dann den Star Trek Legenden Mike Okuda und Denise Okuda haben die wirklich die alte Brücke wieder nachgebaut in drei Monaten und ein Team von 50 Leuten haben die die und da ist auch kein VFX Effekt oder sowas drin nachgebaut und haben genau die gleichen Abmessungen wie beim alten Set gehabt und das Einzige was sich jetzt hier geändert hat dass die Displays direkt Displays sein können und nicht nachträglich animiert werden müssen alles andere am meisten am längsten hat es gedauert den großen Bogen nachzubauen und am teuersten war es das und den alten Teppich von damals zu bekommen und ja also neben dem dass die Displays jetzt richtige Displays sind ist es das Einzige was sie dann ein bisschen angepasst haben die Beleuchtung um eine Mischung aus dem Neuen und Alten hinzubekommen ja hast du gemerkt wie zögerlich sie das Licht anmachen als würden sie sich dafür schämen ja und was auch noch ist die Brücke ist ein bisschen schmaler weil es ja die TV-Brücke ist und nicht die Filmbrücke die TV-Brücke musste ja auf ein 4 zu 3 Format passen die Filmbrücke ist vom Set her ein Ticken breiter gewesen weil die auf die Leinwand musste und man hat aber die TV-Brücke wieder nachgebaut natürlich war das schön weit und 100 Fuß lang natürlich war das schön ja ich habe auch mich durchaus etwas mein Fanherz gerührt ich würde lügen wenn ich sage das war nicht so aber wie du vorhin in deinem Fanplot ausgelegt hast wäre das halt was für die erste oder Ende der ersten oder zweite Folge gewesen und dann hätte ich nur wieder first contact in der gegenwart wäre ja natürlich hätte die borg halt komplett weggelassen ja ja es ist die borg sind schon längst auserzählt ja aber wenn es das Ende von Jean-Luc Picard ist in irgendeiner Art und Weise vielleicht wird ja sein androiden körper zerstört irgendwas in einer Art und Weise vielleicht wird der androiden körper assimiliert und er wird der neue könig der borg so am Ende aber wenn man das beendet dann ist es ja es ist sie sind auserzählt aber es ist eigentlich passend dass die letzt das finale von Jean-Luc nochmal mit den borg zu tun hat ja okay von mir aus aber sie sind halt vorher einfach schon ja ausgedutzt außerdem könnte man wenn es ja dann borg vielleicht kommt ja nochmal Jane wäre ja doch nochmal wieder hast ja vorhin gesagt eine Sache müssen wir dann auch noch kurz sprechen also wie gesagt das war natürlich member berries und schön und bla und pimpeng wir brauchen nicht über schnellreisen reden wenn ihr was über schnellreisen hören wollt hört ihr unsere Folge zu game of thrones an brauchen wir nicht drüber reden das ist halt in serien heutzutage so drauf geschissen aber the jack ja wieso fliegt er jetzt dann da direkt hin weil er halt noch ein teenager ist auch weil er halt auch dumm ist also weil er halt wie alle halt okay okay genau ja also die roten augen ihr habt es ja sicherlich in der letzten folge zusammen besprochen haben einfach mehr in richtung parwraith die pargeister gesprochen genau habe ich auch habe ich auch so ein bisschen drauf getippt ja es ist natürlich ein cleverer zug dass er aus in biotechnologie die mit den borg am ende verbunden ist aber da soll er dann doch nicht so ein hitzkopf sein und die sollen das mal ein bisschen mehr nutzen aber man hat ja nur noch 45 minuten oder so um den plot aufzulösen und deshalb hat er dann keine zeit ihn die konfrontation mit der königin organisch herbeizuführen er muss einfach von sich selber hin und wir haben es ja immer wieder mitbekommen in dieser staffel er ist ein hitzkopf der sehr impulsive entscheidungen trifft und witzigerweise und dann ist mein zettel auch leer gesprochen die ganze zeit sind die phaser auf desintegrieren die ganze zeit aber jetzt als er zur borg queen fährt die blaue einstellung also betäuben okay gut whatever ja ich meine es war schön dass sie Alice Creek jetzt dafür anscheinend nehmen ich bin mal gespannt ob es mehr als so die stimme ist ob wir sie auch nochmal sehen ist es nur die stimme ja keine ahnung vielleicht sehen wir sie ja in der nächsten folge nochmal von vorne ja sie sah schon sehr zusammengesetzt aus von hinten ja gut ich bin gespannt wann sie es machen und ob sie es tun ich bin auch gespannt wer das rettende Kameo sein wird ich weiterhin ich sag der lässt sich assimilieren und übernimmt dann die Kontrolle über das ganze dann werden am Ende alle borg befreit und das ist das letztendliche Ende des Borg-Kollektivs sodass es auch einen runden Abschluss mit Jean-Luc gibt der sich wahrscheinlich am Ende nochmal opfert um seinen Sohn zu retten in irgendeiner Art und Weise auch dieser Plotpoint dass er sagt er ist dafür verantwortlich dass alles schlimme passiert ist ich möchte eigentlich nur nochmal darauf zurück erinnern dass er gegen seinen Willen assimiliert wurde und dass er das alles nicht freiwillig gemacht hat was da passiert ist es ist ja nicht so als wäre er zu den Borg hingegangen und hat gesagt hey lass uns mal die Föderation zerstören und eines der größten Schlachtfelder der Geschichte generieren wofür er ja von vielen immer noch verteufelt wird der Kerl wurde assimiliert und missbraucht von den Borg mit ihm müsste man Mitleid haben anstatt ihn zu verteufeln deswegen habe ich auch seine Reaktion nicht verstanden in der Folge 4 als er bei der Diskussion mit Schordern einfach geht hat er damals schon gesagt aus seiner Perspektive kann ich es verstehen weil wenn du assimiliert bist ist ja trotzdem noch ein Teil von dir da und du machst mit du wirst zwanghaft assimiliert das ist das ist ja das ganze Problem bei dem Borg diese zwanghafte Assimilation wenn sie die freiwillige Assimilation machen würden dann wären sie eigentlich gar nicht so schlecht als Rasse aber diese zwanghafte Assimilation und das Individuum verschwindet komplett du bist aber irgendwie noch als Individuum im Hintergrund da und dementsprechend erlebst du alles mit und hast dann auch die entsprechenden Schuldgefühle am Ende aus Picards Sicht macht das absolut Sinn dass er sich das vorwirft aber aus der Sicht der anderen ihm das vorzuwerfen dass er einen Genozid da angerichtet hat und alles mögliche andere das stimmt ja überhaupt nicht der wurde assimiliert fällig wie alle anderen die assimiliert wurden denen wirft man das auch nicht vor naja für mich ist die Luft raus sag ich dir ganz ehrlich die Luft ist raus aus dieser Staffel ich ertrage noch das Ende und dann ist gut ich hoffe noch auf eine schöne Abschluss Folge und dann bitte lassen wir es dann auch damit in den USA kann man die ja in IMAX sehen wenn man wollt ok gut schön 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 fürs IMAX ich bin mal gespannt ich meine ich hab ja wir haben ja wieder wir sind ja Access Media jetzt also mal gucken wie lange wir noch Access Media sind wenn die sich einmal unsere Reviews anhören kriegen wir auch keine Screener mehr wir hatten ja einen zur Folge 9 ich gehe davon aus dass wir zur Folge 10 wahrscheinlich auch einen kriegen also wir können es dann zeitgleich mit den Amis wohl gucken anschein ich weiß nicht ob ich das nächsten Donnerstag machen werde weil ich hatte dann ein Wissen und es musste raus und ich konnte es mit niemand teilen war dann blöd deswegen muss ich mal gucken ob ich das nächste Woche noch machen werde ja und die screener sind ja auch dann immer mit dem blöden Wasserzeichen und die kann man nicht so ohne Probleme dann auf dem Fernseher ordentlich auch nicht fett ja es bleibt spannend wie es weitergeht wenn euch das heute gefallen hat dann lasst doch mal ein Däumel nach oben da schreibt uns eine e-mail an info at nerdizismus de oder eine whatsapp beziehungsweise sprach nachricht an die 01525 649 964 7709 964 7709 und natürlich folgt uns auf den einschlägigen Kanälen wir können uns dann mit den track nerds wieder hören am mittwoch den 26. 4 um 20. 30 wenn wir nämlich wieder einen live stream machen den könnt ihr euch anschauen auf youtube und oder auf twitch dort werden wir über die zehnte folge besprechen und auch das ganze staffel recap machen und dann nochmal alle drei staffeln revue passieren lassen und da freuen wir uns natürlich wenn ihr auch mit dabei seid im Chat und die Fragen stellt und eure Meinung dazu abgebt und vielleicht machen wir auch wieder ein call in dass ihr also auch über discord medizismus.de slash discord mit uns direkt sprechen könnt und natürlich eure Meinung dazu abgeben könnt das wäre doch eigentlich eine ganz feine Sache also 26. 4 20. 30 twitch oder youtube einschalten ja michael dann bleibt mir noch zu sagen vielen Dank für deine Zeit vielen Dank auch für die nette politische Diskussion die wir am Anfang hatten ich hoffe liebe Hörer ihr seht es uns nach dass wir da mal eine halbe Stunde abgeschweift sind ich bin mal gespannt ob es dazu Feedback gibt bin ich gespannt links und rechts können ja noch miteinander diskutieren ja absolut von daher könnt ihr uns natürlich auch da Feedback geben und ja in diesem Sinne empfehlt uns weiter das würde uns ganz besonders freuen und macht es gut bei immer was ihr getan habt tschüss tschau Eine Produktion des Podcast Imperiums